Wir sind die Adventsrichter! Die sind manchmal eckig. Ja, und manchmal auch fast rund. Also auf jeden Fall freuen sich Leute, wenn man es kriegt, wenn sie es kriegen. Die sehen ein bisschen aus wie Quadrate. Sie sind verpackt, haben eine schöne Schleife und haben schöne Formen da drin. Manchmal sind sie auch so mit ganz vielen bunten Bändern verziert. Klassik ist immer, wenn es viereckig ist. Das bekommt man zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zum Namestag, zum ersten Schultag. Dazu kommen Junge oder so und da ist meistens was Tolles drin. Ich wünsche mir vom Großkind eine Lebendige.